Ja, folgt mir natürlich auch. Ach, lass mich in Ruhe jetzt haben wir. Ach ja, hier liegen zwei Mosins in den Autos. Geil. 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 Ja, zwei Mamosen. Dreimal. Dreimal? Ne, drei Mosen ist hier bei dem Auto. da war jemand leidenschaftlicher jäger die frage ob ich immer kurz wir kommen mit meiner schlecht schnellen fortbewegung nicht ist das mosin munition das ist mosin munition mosin munition haben können wir uns im mosin laden das ist richtig jetzt bist du auch wehrhaft ich möchte deine mosin mitbringen oder im satirak egal so geht das schon mal aber ja das gefühl ich bin in bärenszenen ich finde auch kein schild von factory du hast halt die see rechts und woanders geht es hier nie lang naja eigentlich schon wenn ich da nie so viele möglichkeiten stimmt hier ist ein sportplatz auf jeden fall und hochhäuser gibt es hier auch aber es sieht eher so aus wie so nördliche stadt also vom gefühl her das ist bei bärenszenen eigentlich nie aber factory erkennst du doch du erkennst doch ob das die factory ist oder nie ja doch schon fuck jetzt hab ich noch einen sami am arsch den muss ich gleich mit einer schaufel töten glaube ich weil die factory bauen sie aber anders auch hin aber halt nie so mit den schienen und dem medical center und so da war ich auch noch drin oder das hast du die brücken und alles eigentlich das schon relativ gut erkennen ja naja und wenn du da weiter richtung bärenszeno gehst dann kommst du halt auch nach bärenszeno also so hat zombie totgeschlagen hier blutig du hast den letzten verband weggegeben für eine armbinde habe ich echt weggegeben und er nutzt das armbinde statt sie zu verbinden es kann auch sein dass es bloß der vorwärts von bärenszeno war mal gucken ja ist dass die dann einen sportplatz eingefügt haben würde ich jetzt noch nie ausschließen nee kann alles sein also ich bin jetzt gleich durch die guarka durch naja dauert schon noch ein bisschen mhm ich hab dir einen sami am arsch wieso gibt es denn hier keine ortseingangsschilder man ich hab auch keine song mehr gesehen ne also ich geh über die map und tust die map jetzt blutig alright ähm scheiße ich hab kein messer bis mir natürlich entgegen kommen gut dass ich meine bandage mal gegeben hab das war echt clever das ist halt so wenn der apokalypse halt hilft dann ist man am arsch ja wer ist schuld ich brauch nur ja ist ja eigentlich richtig dass er den natürlich nie äh richtig verwendet hat ja vielleicht hat er mich auch irgendwie getrollt oder so keine ahnung aber er hat auf jeden fall geblutet das hat man ja gesehen ich wollte nur grad sagen äh ich bräuchte halt irgendwie ein messer oder was um mir mein t-shirt zu da schneiden oder ein rack halt ich hab beides nja sonst musst du halt mal schnell in meine richtung laufen ja ein messer ich hab ihn gefunden Was? Benutze es. Oh, es ist ruined. Wieso ist das ruined? Warum? Geil. Richtig, Apokalypse. Und Juhu, ich hab ein Messer. Nein, das ist zerstört. Nee, das Messer ist ein ruined. Das T-Shirt... Nee, das T-Shirt, nee, aber die Racks, die ich daraus hergestellt hab, waren ruined. Warum auch immer. Aber jetzt hab ich noch ein T-Shirt dabei. Alles gut. Kann mich verbinden. Gut. Bin erstmal gesichert. Alright. Okay. Cool. Wenn du mir dann sagst, wo du bist, kann ich auch in deine Richtung kommen. Ich hätte echt gern mal so ein Ortsschritt zur Bestätigung machen. Ich würde sagen, Industrial, unten. Da wäre ein Zino. Aber wollen wir uns beim Rohbau irgendwie treffen? Müsstest du ja fast sehen. Dings hinter dir müsste der sein. Dann kann ich natürlich versuchen, zum Industrial zu kommen. Also ich sehe Bärenzino jetzt schon oben. Oder ich bin halt komplett falsch. Kann natürlich auch sein. Aber es kann eigentlich nicht sein. Kann eigentlich nicht sein. So wie du gelaufen bist, kann es nicht sein. Aber das sieht alles so ungewohnt hier aus. Alles neu. Das Industrial ist schon relativ ungebaut, glaube ich. Ich bin dann in der oberen Stadt, theoretisch. Das sieht wie ein komplett neuer Ort hier aus. Ich sehe den Kran am Rohbau. Kann dahin kommen oder halt woanders hin? Du siehst natürlich nicht. Nee, ich glaube, ich bin echt mit dem Bärenzino. Aber das kann doch gar nicht sein. Ich bin doch rechts vom Wasser gelaufen. Also das Wasser war rechts. Nee, es kann wirklich nicht sein. Ich versuche jetzt hier raus. Also ich glaube dir echt, dass du das Factorial zuordnen kannst. Weil das ist, ja. Also ich habe hier einen Wegweiser. Okay, ich weiß nicht genau. Ich glaube, der zeigt den drei Kilometer Bärenzino in die Richtung an. Aber das ist ganz gut. Das ist... Nee. Ah, der Wegweiser ist wahrscheinlich aber doch richtig. Also bist du, aber bist du an der Küste oder wo bist du denn? Bin ich an Bärenzino vielleicht vorbeigelaufen? Ah, da müsste ich ja nach Svetlo kommen oder so. Das ist ja auch der Fall. Ja, und du siehst das Schiff vorher. Ja, außerdem. Ich wäre auf jeden Fall ein Hafen. Also strange as shit. Ich glaube, ich habe hier ein Ortsausgabschild. Ich weiß nicht, in welchem Ort ich bin. Auf Körüllisch zumindest. Doch, das sieht wie Bärenzino aus. Von der Schrift her. Aber müsste ich noch... Das zweite Buchstabe in E. B, E. Ja. 3 N, H, O. Na, genau. Das ist Bärenzino. Okay. Hier unten ist... In welche Richtung? Welcher... Wo ist das Wasser von dir? Ähm... Ja, jetzt gerade links, aber hier unten ist doch so ein Zug. Und... Komm, jetzt mal an die Küste direkt. Einen Bahnhof gibt es hier irgendwie. Warum auch immer. Das ist der Vorort. Das müsste eigentlich... Zombies habe ich am Arsch. Gerade, aber... Wo sind wir am Arsch gerade? In. Doch, bloß in. Ah, hier ist die Hauptstraße, glaube ich. Ja, okay. Bleibe einfach oder... Also, ich gehe zur Küste als Hauptstraße. Sollte nicht mehr lange dauern. Naja, ich bin doch im Industriegebiet. Industriegebiet liegt ja an der Küste. Also, ich komme noch vor dem Industriegebiet. Also, zwischen dem Industriegebiet und vor Ort komme ich quasi noch an die Küste. Genau, ich habe hier die Apfelplantage. Sollte eigentlich... Oh Gott, der Robo ist Conny. Sollte ich sie den Conny. Hört fest. Wer ist der Zombie? Lass dich töten. Ja, so ist es, wenn Axel und Nummer kommt noch kommen. Ja, guck mal mal. Bleibst du auf der Straße? Noch, ne? Ne. Will da jemanden laufen? Dann bin ich es nicht ich. Könnte sein. Könnte aber auch ein Zombie sein. Das ist ziemlich weit weg. So, ich habe hier einen Bahnübergang. Bin jetzt gleich an der Hauptstraße. Also, lobe ich Richtung Industrial. Aber wenn du einen Bahnhof in der Nähe hast, ja, dann ist es so industrial. Ja, ich bin jetzt auch ein Stück die Straßen lang gelaufen, aber... Eigentlich müsste ich dir entgegen laufen, theoretisch. Ich habe das Wasser rechts in mir und bin auf der Hauptstraße jetzt. Ja. Ich mache mal ein Zombie platt. Hier ist auch so eine Art Leuchtturm. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ja, Leuchtturm sehe ich auch. Lass mich in Ruhe, Zombie. Ich kenne Aktivität auf der Straße. Also, ich bin so fast höher Leuchtturm. Ja, ich sehe dich. Du stehst Dinge am Straßenrand, ne? Du bewegst dich. Ich sehe dich auch gerade. Irgendwie höre ich hier Schlaggräusche noch. Und ihr leckt das tierisch? Oder wir haben einen Hacker. Ich sehe nichts. Ne, ich sehe auch nichts. Ja, bloß so. Ja, ich sehe nicht, dass ich nichts sehe. Also, es ist doch bei uns, Tino. Ich habe es absolut nicht wiedererkannt, ehrlich gesagt. Nichts davon. Ich bin weiter nördlich reingelaufen. Ja, machen wir es gleich hier, wa? Was brauchst du denn? Ich gebe dir mal das. Ich habe eine 19.11. Dann kannst du dir auf den Rücken schnallen. 19.11 kannst du dir weghauchen. Ich gebe dir eine Glock, wo ein paar Schuss drin sind. Gucken, kriegst du das transportiert? Und dann habe ich noch zu essen für dich, wenn du möchtest. Ja, der andere Typ, der mich die Rack gegeben hat, der hat mir Reis gegeben. Ah, ne, das ist doch gut. Also, ich habe auch noch Reis und Kronflicks, also. Ach so, okay. Jetzt sehe ich erst das ganze Zeug. Uiuiui. Ja, MP5 wird... Ja, MP5 müsstest du sie auf den Rücken kriegen, ne? Das dürfte ja nicht das Problem sein. Die Glock kannst du gegen deine 19.11 austauschen. Genau, die habe ich schon weggeschmissen. Okay. Die Glock war ja schon geladen, ne? Hast du gesagt. Die Glock sollte was drin sein, ja. Alright. Hast du diese Schlaggeräusche? Ne, ich sehe das den Zombie dort hinten. Ansonsten, ja, nur Essen. Ach so, hier, äh... Ich wette hier, warte mal. Hast du einen Platz, nur zwei Plätze? Ah, ja. Gib dir mal hier. Bandszeug. Thank you, sir. Genau, ansonsten solltest du jetzt erst mal nicht so viel benötigen. Ne, also ich habe getrunken, äh, gegessen unterwegs. Ich habe mich verbunden unterwegs. Ein Schraubenschuss, so kann ich mal wegwerfen. Schraubenzieher. Da passt das erst mal, ja. da kann man ja hier nördlich dann gehen wir uns das zu uns sonst ja ständig schlaggeräusche und die tierisch tierisch legge